Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Am I Okay? Und ob wir mit diesem Film okay sind, hier hat's auf Neudeutsch gesagt, werden ich, Schlogger, hallo, und Johannes heute besprechen. Hallo Johannes. Hallihallo. Am I Okay ist ein Film, der am 4. Juli in den deutschen Kinos anläuft, obwohl der schon seit 2022 existiert und so seine Runde macht. Wir hatten auch das Gefühl, dass der ein bisschen unter den Tisch fällt. Mal gucken, wie das deutsche Publikum es sehen wird. Aber erstmal kannst du, Johannes, uns sagen, was es in diesem Film überhaupt geht. Das mache ich sehr gerne. Wir begleiten Lucy, gespielt von Dakota Johnson. Lucy ist 32, lebt in Los Angeles, hat eine sehr enge Freundschaft mit Jane. Und während Jane, ja, im Job ist bei Jane alles wunderbar, hat Lucy irgendwie, weiß ich nicht, ihr geht's nicht so gut. Sie ist ein bisschen down und struggelt so mit allen möglichen Dingen. Und dann hat sie noch, also sie arbeitet in einem Spa und da fängt eine Masseurin neu an, die so ein bisschen flirty drauf ist. Und dann, ja, kommen bei Lucy so, weiß ich nicht, Gedanken, Gefühle auf, wie es, ja, wie es ihr geht mit ihrer Sexualität. Und darum geht's im Film, würde ich sagen. Ja, so würde ich das auch sagen. Danke dir für die Zusammenfassung. Ich hab hier auf, wir recherchieren ja manchmal fremde Zusammenfassungen. Pst, erzähl's keinem. Und zum Beispiel bei Filmstarts steht dann, dass Lucy nicht nur rausfinden würde, dass sie lesbisch sei, sondern auch in ihre Freundin Jane verknallt sei. Das möchte ich hier gleich widerlegen. Das ist überhaupt nicht Thema des Films. Sondern es hat meiner Ansicht nach, geht's um viel tiefgründigere Sachen als nur jetzt so ein oberflächliches, okay, beste Freunde, da kommt irgendwie eine homosexuelle Tendenz dazwischen. Oder wie hast du das aufgefasst? Nee, das sehe ich auch überhaupt nicht. Also die haben halt, das ist eine super enge Freundinnschaft und das ist ganz schön und die haben natürlich auch irgendwie üblich in häufig solchen Filmen, haben dann einige Streitereien, die dann auch hochkochen. Aber eine romantische Ebene zwischen den beiden sehe ich auch überhaupt nicht. Ja, sehe ich auch gar nicht und fand ich auch sehr gut so. Warum hat dich der Film denn interessiert? Warum hattest du Lust, den hier zu gucken und natürlich mit mir zu besprechen? Aber warum du ihn mit mir besprechen wolltest, ist klar. Aber warum hattest du, was hat dich an dem Film interessiert? Genau, ich wollte unbedingt einen Film mit dir besprechen. Das war eigentlich der Hauptpunkt. Klar, egal welcher. Genau, ich habe mir den Trailer angeguckt und ich fand ganz spannend, Dakota Johnson hat, glaube ich, im Mainstream noch so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass sie ja für Fifty Shades of Grey, glaube ich, also ich glaube, das ist die Rolle, die immer noch geprägt ist mit ihr. Obwohl das ja gar nicht mehr stimmt, weil sie ja ganz viele andere Rollen schon gespielt hat. Ich war letztens auch in der Sneak Preview bei Love, Lies Bleeding und haben dann Leute im Publikum gesagt, Kristen Stewart, das ist doch die aus Twilight. Und da musste ich so ein bisschen dran denken und da habe ich gedacht, gucke ich doch mal einen Film mit Dakota Johnson abseits davon und das können wir dann ja auch hier besprechend so ein bisschen darüber reden, dass Dakota Johnson eben nicht nur diese Rolle gespielt hat. Und ich fand das ganz spannend, dass wir einen Film haben, wo es um ein spätes Outing geht und also sowohl ein inneres Outing als auch ein äußeres Outing. Oh, inneres und äußeres Outing, das ist schön, da will ich gleich drüber sprechen. Ich möchte auch noch anmerken, dass Dakota Johnson ja nicht nur durch Fifty Shades of Grey so ein bisschen ein Stigmata hat, sondern auch in letzter Zeit durch Madame Web. Ich glaube, ich habe Madame Web nicht gesehen tatsächlich, aber ich glaube, dass man ihr da ein bisschen zu Recht auch, dass nicht nur der Film schlecht war, sondern sie da auch, weiß ich nicht warum, nicht ihr allerbestes gegeben hat, sage ich mal so. Aber jetzt in letzter Zeit auch Daddy-O soll ja, den habe ich auch nicht gesehen, aber da soll sie ja zum Beispiel mit Sean Penn ganz gut sein eigentlich, also könnte man den empfehlen als guten Dakota Johnson-Film. Oder hast du gerade noch einen Präsent mit ihr, der dir noch gut gefallen hat? Ich bin gerade am überlegen, also ich bin nicht so der größte Fan von Luca Guadagnino, aber sie hat ja unter anderem bei A Bigger Splash und seinem Suspiria-Remake mitgespielt, was glaube ich ganz gut ankam. Und ich bin ein großer Fan von Bad Times at the El Royale, was so ein, ich würde sagen, vielleicht so ein Tarantino-like Film ist, aber nicht von Tarantino. Und da ist sie auch im Cast dabei und da fand ich sie auch ganz cool. Krass, ich habe das Suspiria-Remake und auch Bad Times gesehen und kann mich an sie gar nicht erinnern, aber das muss ja jetzt nichts Schlechtes heißen. Das heißt zumindest, dass sie mir nicht schlecht aufgefallen ist und das heißt, dass mein Gedächtnis wirklich grandios schlecht ist. Aber zu Emma, okay, zurück. Du hast gerade von einem äußeren und inneren Outing gesprochen. Wie meinst du das denn? Weil wenn wir das Gleiche meinen, dann sind wir da bestimmt, sind wir auf gleicher Wellenlänge. Kannst du mal ausführen, was du damit meinst? Ja, super gerne. Also das ist ja ein, das haben wir jetzt im Vorgespräch auch sozusagen herausgefunden und guckt, das ist ja ein teils autobiografischer, autobiografisches Drehbuch. Eine der beiden, mindestens eine der beiden Regisseuren, Tic Notaro, die auch einige als Comedian kennen, ist selber lesbisch. Also das fließt da, glaube ich, sehr ein. Und für die Leute, die jetzt vielleicht inneres und äußeres Outing nicht so sehr viel sagt, also Coming Out ist ja erstmal die Sache, dass sich eine queere Person outet. Meistens wird darunter verstanden, dass Leute sich halt irgendwie ihren Freundinnen oder ihrer Familie anvertrauen. Und das ist quasi das äußere Outing und das innere Outing ist, dass eine Person sich selber dessen bewusst wird, was ja auch erstmal, das muss ja erstmal vorher passieren, weil wir ja alle in einer Gesellschaft leben, wo, glaube ich, die meisten erstmal davon ausgehen, okay, du bist heterosexuell. Und da, so wirst du meistens auch erzogen, je nachdem, wie progressiv deine Familie ist. Und dann muss einem selber erstmal bewusst sein, hey, ja, worauf stehst du überhaupt? Ja, danke, genau. Und das fand ich auch, also ich wusste, hier für die, die das noch nicht wissen, ich gucke mir ja keine Trailer an, ich habe nur das Plakat gesehen und dachte, sieht interessant aus, weil ich hier Dakota Johnson schon irgendwie, sie weint ja auf dem Plakat. Und das war so eine extreme Gefühlsregung, dachte ich, okay, könnte interessant sein und wusste gar nicht, um was es geht. Und als der Film dann losging und es eigentlich das Thema ist, wie kann ich, sie ist ja 32 so ungefähr, das, wie weiß ich denn eigentlich, was fühle ich eigentlich, was bin ich eigentlich, was ist so meine Identität? Und klar, alle anderen scheinen es irgendwie zu wissen, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, vielleicht bin ich ja gar nicht heterosexuell, sondern bin das nur, weil ich halt so erzogen wurde. Und bei ihr eben auch das Titelgebende, am I okay, geht es mir eigentlich gut? Ich fühle mich irgendwie, als ging es mir okay, aber ich bin mir nicht sicher. Heißt das, dass es mir dann eigentlich doch nicht okay geht und dass sie sich auch eigentlich nicht sicher ist und es vielleicht, also im Film wird schon relativ klar, welche sexuelle Präferenz sie hat, aber dass eben auch das Thema angeschnitten wird, ja, es ist vielleicht gar nicht so eindeutig. Vielleicht stehst du ja auch auf beides oder es ist, du bist fluide oder keine Ahnung. Ich fand es so schön, dass dieses Fass aufgemacht wurde mit, es ist gar nicht so klar, wer man ist eigentlich und darüber nachzudenken und das hat mich sehr positiv überrascht. Voll. Das sehe ich auch so, der geht damit sehr selbstverständlich um, das finde ich super angenehm. Der ist natürlich auch, also wenn man sich anguckt, in welchem Milieu findet das statt, da sind, ist es eine progressive Freundinschaft, es ist in L.A., die sind alle relativ gut betucht, denen geht es allen relativ gut. Also es ist schon irgendwie so ein kleiner, in Anführungszeichen, Safe Space, aber ich finde das in dem Fall ganz nett, weil ich habe jetzt auch zum Pride Months sehr viele queere Filme geguckt und da ist häufig das Queersein das Problem. Das sind so häufig Problemfilme. Das hier ist auch ein Problemfilm, aber das Queersein ist nur ein Teil davon. Also es ist nicht dieses, eine queere Person lebt in unserer Gesellschaft und dann kommen irgendwie fiese Mobber oder Schlimmeres passiert. Das fand ich sehr erfrischend. Ja und auch wie du sagst, wie progressiv und offen die Freundin da auch ist. Also es wird nie irgendwie dann ein Problem, okay, vielleicht schwing es mal kurz durch, aber es ist nie wirklich ein Problem, dass sie denkt, dass ihre Freundin jetzt auf sie stünde oder Angst davor hat. Sondern die ist wirklich ganz offen, die ist eher entrüstet, dass Lucy nicht früher mit ihr darüber geredet hat, was einfach daran lag, dass Lucy sich das selbst gar nicht vorher bewusst war. Und das ist ein anderer großer Punkt des Films, wie du sagst, also es wird jetzt hier nicht ein Problemfilm auf die Queerness bezogen, sondern ein anderer Fokus des Films ist diese Freundschaft zwischen den beiden. Und ich war auch fasziniert davon, wie viel Teil, Anteil des Films dann nicht nur bei der Protagonistin oder vermeintlichen Protagonistin Dakota Johnsons Lucy ist, sondern eben auch auf der Freundin Jane, die übrigens gespielt wird von Sonoya Mizuno, die man vielleicht aus House of the Dragon kennt. Und ich fand, dass das relativ ausgeglichen war. Also man sieht auch sehr viel von der anderen Seite. Ist dir das auch aufgefallen? Voll. Also ich finde, der Film steigt halt schon sehr mit Lucy ein, aber immer im Laufe des Films wird Jane immer wichtiger oder sie werden dann immer gleichberechtigter. Und ich fand das schon schön, weil die beiden Darstellerinnen haben halt schon eine krass gute Chemie. Also ich hätte auch, glaube ich, gesagt, also wenn man mir jetzt sagt, die bekommen jetzt eine Sitcom, die beiden, und wir sehen jetzt irgendwie zehn Folgen mit diesen beiden Freundinnen, hätte ich, glaube ich, auch kein Problem mit. Ah ja, da kommen wir ja von Sitcom wieder. Du meintest schon, dass die eine Autorin auch Stand-up und überhaupt Comedy-Autorin ist. Und wie fandest du denn das Writing und vor allem auch den Humor, fandst du den Film lustig? Also ich finde, der hat lustiger angefangen, als er dann war. Also es gibt eine Szene, wo ein langjähriger Freund versucht, Lucy zu küssen und sie dann so halb vom Bett fällt. Und ich fand diese Szene unglaublich lustig. Also das war, finde ich, so Comedy-Timing on point. Oder auch als Jane in der Bar Lucy erzählt, dass sie ein Jobangebot bekommen hat, was in London stattfinden wird. Wie da irgendwie Dakota Johnson mit ihrem Gesicht arbeitet, nachdem, nee, nee, es ist okay, ich freue mich für dich. Und das Schnitt, nächste Szene, sie ist voll am Heulen und denkt, okay, sie ist allein, aber nein, ist Jane auch dabei. Also da gibt es ganz viele super lustige Szenen. Der wird dann immer ernster und immer so ein bisschen bedrückender. Das fand ich sehr schade, dass der Humor dann so ein bisschen verloren geht. Ging dir das auch so? Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich wusste auch vorher nicht, dass es von einer Comedy-Autorin geschrieben ist und habe den Film gar nicht so als Komödie gesehen tatsächlich. Deswegen ist mir das vielleicht nicht so aufgefallen. Aber was du sagst, diese Szene, auch das ist ja auch auf dem Poster, wo sie da sitzt und weint auf dem Klo. Ich fand das sehr erfrischend, dass über das Abwischverhalten von Frauen gesprochen wird, weil das ist was, worüber man selten spricht. Und ich dann dachte, ach so, ja, so mache ich es auch. Cool, jetzt weiß ich Bescheid. Voll. Ja, der Humor, genau, der geht ein bisschen ab, vielleicht auch aufgrund der dann doch sehr menschlichen Problematik. Auch die Freundschaft zwischen den beiden, die ich denen, wie du ja sagt hast, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, und ich habe das denen auch abgenommen. Und ich fand auch, dass der Film sehr respektvoll mit dem Thema und auch der Freundschaft umgeht, dass er nicht abdriftet in so ein Klischee ausnutzen, um irgendwie Problematik zu provozieren, oder? Ja, das stimmt. Die werden beide als super gleichberechtigt dargestellt. Dann ist es nicht so nach dem Motto, okay, wir haben die arme Lucy, die das Opfer ist, und die fiese Jane ist irgendwie so, die halt jetzt eine Entscheidung trifft und gar nicht darauf achtet. Das wird so inhaltlich thematisiert und die beiden werfen sich da noch einiges vor. Aber der Film, wenn ich, stellt das schon ganz gut gleichberechtigt dar. Was ich ein bisschen schade fand, diese Eskalation, die stattfindet, das fand ich schon so ein bisschen sehr schematisch, wie man es gefühlt, finde ich, aus sehr vielen Filmen kennt, nach dem Motto, sie müssen sich jetzt erstmal streiten, um sich dann eventuell später zusammenzufinden. Ja, das stimmt. Und dieses, Leute, redet doch einfach mal miteinander. Kann man natürlich sagen, ja, im realen Leben reden auch nicht alle miteinander, aber hier war es, finde ich, schon etwas forciert, auch wenn das, es war schon okay gemacht, aber das war mir ein bisschen zu, ja, gewollt. Ja, das stimmt. Das ist so, wo sie sich im Office laut anschreien und durchs Office laufen und sowas würde kein Mensch vor anderen Leuten, egal wie erregt, laut besprechen. Was ich dann aber wiederum schön fand, ist, dass sie, also sie haben auch ein bisschen zu lang dann nicht miteinander geredet. Ich hoffe, so sind Menschen nicht. Vielleicht ja doch. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Ego bei manchen Menschen ist, aber was mir sehr gut gefallen hat, dass wir aus beiden Seiten sehen, dass sie immer fragen, soll ich ihr jetzt schreiben? Warum schreibt sie mir nicht? Also wie soll ich das jetzt anfangen? Also dass uns klar ist, das sind nicht zwei Sturköpfe, sondern die wollen miteinander reden, aber wissen nicht, wie sie es anfangen sollen. Das fand ich dann wieder ganz menschlich daran. Wie fandst du denn die Masseurin und ihre Rolle? Ja, super spannend. Also sie wird gespielt von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kersey Clements. Und also Brittany oder Brit-Brit ist am Anfang super flirty und dann passiert auch so ein bisschen mehr. Am Ende, ich fand das schwer einzuordnen. Also ich weiß nicht, wie sagt man das denn? Ich mochte sie am Ende nicht, was glaube ich jetzt auch nicht eine große Überraschung ist. Aber das kam für mich ein bisschen zu plötzlich, auch wenn es wahrscheinlich safe solche Leute gibt, oder? Ja, ich glaube es auch. Und ich weiß auch nicht, wie man damit dann umgeht, dass man das eigentlich vorher besser abklären muss, so wie alles wahrscheinlich, anstatt es einfach zu machen. Aber der Film hat es auf jeden Fall super gut gezeigt, warum Lucy, also warum da so eine Spannung ist, weil Brittany wirklich von Sekunde 1 ultra flirty ist. Also ich glaube, da hätte jede Person, die mit Brittany zusammenarbeitet, gedacht, da könnte was laufen. Ja, und dann war mir auch der Umschwung danach, der war mir zu krass. Und ich weiß nicht, ob es der Film gebraucht hätte, aber ich persönlich war da einfach neugierig drauf, wie dann ihr Zusammenkommen, da wird ja dann früher weggeschnitten, als ich es gerne gehabt hätte. Was mir auch noch einfällt, Dakota Johnson. Ich habe den Film ja im Originalton gesehen, du wahrscheinlich auch. Und als der Film anfing, da war ich so ein bisschen, wie gesagt, ich wusste nicht, um was es geht und dachte, oh nee, ich mag nicht, wie die spricht. Die spricht so gehaucht und die redet irgendwie so, ja. Und dann dachte ich kurz, okay, ich glaube, der Film kann mir nicht gefallen, weil ich sie irgendwie schon auf den Kieker hatte. Aber als der Film dann weiterging und es so klar wurde, dass es um so Selbstzweifel und Krisen ging, fand ich, dass sie, ob sie es dann absichtlich so gespielt hat oder nicht, dann doch total gut in die Rolle gepasst hat. Hast du da auch so einen Vorbehalt ihr gegenüber gehabt, mal abgesehen von den Filmen, die wir vorher besprochen hatten? Nee, das ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Aber ich bin, also ich finde, das, was sie schauspielert, finde ich ganz, ganz toll. Also auch diese ganze emotionale Bandbreite. Ich fand es ein bisschen schade, dass, also es geht ja schon zentral im Film halt darum, dass sie krass, ja nicht doch, also natürlich ist sie auch unzufrieden, aber sie leidet halt und ist super am struggeln. Das war mir eine Zeit lang so ein bisschen too much. Ich verstehe, glaube ich, schon, was sie mit dieser Figur machen wollten, dass es ihr halt wirklich mies geht und sie echt überhaupt nicht weiß, womit sie hin. Aber, also ich sage jetzt mal was ein bisschen Überzogenes, aber um das mal zu sagen, ich fand, sie ist mir am Ende so ein bisschen zu sehr im Selbstmitleid gebadet. Geht das auch so? Ja, verstehe ich. Ich habe sie so gelesen, als dass sie wirklich sehr introvertiert ist. Und ihre Freundin, es gibt ja das Konfliktpotenzial, dass die Freundin sagt, du, ich will dir helfen, ich will, lass uns rausgehen, lass uns was tun. Und du sagst immer nein und du willst nicht. Und ich habe Dakota Johnsons Figur schon verstanden, dass die eben gesagt hat, ja, ich möchte das aber nicht auf so eine forcierte Art machen. Und ich kann auch genauso gut den Frust von der Freundin verstehen, die das Gefühl hat, ich will helfen und helfen. Und wie willst du denn jemals rausfinden, wer du bist, wenn du nicht rausgehst und suchen gehst? Und deswegen war der Aspekt von Lucy für mich schon okay, weil ich einfach gedacht habe, okay, die ist einfach sehr, sehr introvertiert irgendwie. Kann ich voll nachvollziehen. Ich bin auch eigentlich, würde ich sagen, eher wie Lucy. Ich glaube, vielleicht bin ich vom Mindset im Film dann doch eher irgendwie auf Janes Perspektive gewesen, nach dem Motto, jetzt komm, los, jetzt wenigstens mach irgendwas. Auch wenn man schon sagen muss, das ist natürlich ein krasses, also es ist halt super schwierig, wenn du so eine outgoing Freundin hast und du selber halt so nicht bist. Und auch, also diese Szene, die sind dann halt in der Bar und dann kommt dieses typische, hey, kennst du Lucy? Und ich glaube, also safe, ich wäre auch völlig überfordert und dachte so, hi. Ja, ja, und dann struggelst du ja noch mehr mit dir, weil du denkst, oh, wie scheiße bin ich? So kann ich ja auch nicht rausfinden, was ich will. Und dann regst du dich tiefer in dieses Loch rein, während deine extrovertierte Freundin da einfach macht und du stehst daneben. Deswegen war das für mich schon okay. Ich sehe da einen Punkt total mit dem Selbstmitleid auch. Und ich glaube, man kann das auch kritisieren. Aber ich habe die Rolle eben als total introvertiert einfach wahrgenommen. Und für mich, das war es deswegen okay. Ja, hier jetzt noch eine, die wichtige Frage am Schluss. Denn ich glaube, wir kommen hier langsam zum Schluss. Oder gibt es noch einen wichtigen Punkt, den du ansprechen möchtest? Was man vielleicht noch sagen muss oder was ich dich vielleicht auch fragen könnte, wie fandest du die Inszenierung und diesen ganzen Look? Weil das ist ja in L.A., die haben offensichtlich alle Kohle. Also man kann sagen, was so Race und Gender oder halt Sexuality angeht, ist das sehr divers, aber anderen Dingen ist das, also es ist schon eine super privilegierte, idealisierte Welt, hatte ich so das Gefühl. Also jede Wohnung sieht wirklich perfekt gestylt aus, die Möbel. Also ich habe mich gefühlt wie in so einer Serie, wo wirklich so, ja, alles ist schön. Ja, und auch, oh, du willst nicht einen Brotverdien-Job haben, du willst eigentlich deiner Kunst nachgehen, ja, mach doch einfach. Und wie sie dann Geld verdienen, ist einfach überhaupt kein Thema in dem Film. Ja, total. Da dachte ich auch, ja, okay, okay, dann wird es halt nicht angesprochen. Aber darum geht es ja dann einfach nicht. Ja, das ist so was Amerikanisiertes. Da bin ich, habe ich so einen Blindspot dafür, glaube ich. Das beachte ich manchmal überhaupt nicht. Aber du hast natürlich recht, dass das da auf jeden Fall so war. Und der Film ist ja an einigen Punkten, wie du sagst, mit der Szene auf der Toilette super angenehm, ja, weiß ich nicht, offen, ehrlich. In anderen Punkten, also der Film ist ja, also Sex gibt es da nicht. Das ist, Schweiß gibt es gefühlt nicht. Also auch da ist es irgendwie so eine super saubere, cleane, ja, ne, FSK 12 beziehungsweise PG-13. Ich weiß gar nicht, ob der ab 13 ist, der könnte, wahrscheinlich. Es ist ein queerer Film, wahrscheinlich ist er nicht für ein Jugendpublikum. Ja, also das fand ich so, also ich kann, also ich kann verstehen, wenn einem das nicht stört. Mir war das, glaube ich, immer was zu Matsch. Auch der Look des Films, das sieht halt sehr, das sieht alles sehr clean aus und so. Es ist halt wirklich dieses ideale Hollywood-Leben. L.A. ist krass schön und sauber und alles ist irgendwie, alle tragen in dem richtigen Moment das richtige Outfit. Ja, okay, aber diese Schicht, wenn ich es so nennen möchte, darf ja auch Identitätsprobleme haben. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber du hast schon recht, ich habe zwischendrin, habe ich mal gedacht, dass der Film für mich recht, jetzt in Klischees gedacht, europäisch wirkte, weil es eben um diese Identitätskrise geht und die Freundinnen so toll miteinander umgehen und so offen sind, aber vom Look her ist es natürlich völlig amerikanisch. Also da, wie du schon sagst, es gibt keinen Schweiß, die gehen in das perfekteste Fitnessstudio zusammen im tollsten Outfit und das muss man natürlich sich darauf einstellen dann. Aber wenn du das schon ansprichst, wie fandest du den Film denn dann? Hat dich die Inszenierung und der Look dann so abgeturnt, dass dir heftig Filmbewertungspunkte abgezogen hat für dich? Also ich finde ihn keinesfalls schlecht, ich finde, der hätte wirklich super charmant und schön angefangen und ich mag auch diese Beziehung, wie wir das jetzt besprochen haben, zwischen den beiden Freundinnen. Das ist halt Film, das finde ich, den kann man gut weggucken. Also ich würde mich jetzt nicht groß über den aufregen, außer halt irgendwie, es ist diese privilegierte Welt und die Inszenierung ist halt, also es ist halt okay. Ich finde, das sieht halt auch aus wie so eine, sagen wir, hochwertige Serienproduktion. Das ist jetzt nicht, dass es irgendwie krass bemerkenswerte Bilder gibt, das ist halt sehr zweckmäßig. Also es ist halt okay, würde ich sagen. Also ich finde, der hat halt wirklich sehr schöne Momente, aber insgesamt hat es mich dann leider gegen Ende nicht mehr so gepackt. Vor allem, ich habe gedacht, der Film ist vorbei und dann habe ich gedacht, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr davon sehen, was dann eigentlich passiert. Ah, okay, verstehe. Ja, und vor allem, dass du meintest, du hast viele wegen dem Pride Monks viele Filme in die Richtung geguckt. Meinst du, der ließe sich da einordnen, weil er geht ja schon in die Thematik, vor allem dadurch, dass er auch einen autobiografischen Hintergrund hat. Oder wäre der dafür auch zu, ich sage mal, glatt poliert? Ach, also ich finde es super cool, weil das jetzt zumindest der erste Film ist, den ich so gesehen habe, wo es von einer Protagonistin um so ein spätes Outing geht. Also es gibt einen Film, der ist schon ein bisschen älter, der heißt Beginners, da spielt Ewan McGregor die Hauptrolle und da outet sich seinen Vater mit, ich glaube 70. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Kontext, aber sonst so spätes Outing findet ja sonst super selten statt, weil die meisten, also Coming-of-Age-Filme sind ja sowieso gefühlt en vogue und alle, also es gibt so viele Coming-of-Age-Filme und dementsprechend passiert das dann ja auch viel im queeren Kontext. Also das fand ich schon erfrischend und allein da hat er schon mal eine ganz andere Perspektive und das ist schon ganz gut. Ja, da spielen die auch kurz darauf an, dass Dakota Johnson eben gesagt, müsste ich das nicht schon wissen, wissen das nicht alle anderen schon mit neun oder als Kind schon und dass dann eben da auch direkt darauf angespielt wird. Und das fand ich auch echt, ich fand einfach toll, dass hier mal gezeigt wird, dass es gar nicht so einfach ist, das eindeutig zu wissen, sondern dass es manchmal ein echter Struggle ist, zu wissen, was ist man und dass man das vielleicht auch nie richtig weiß, weil es eben ein Zustand ist. Und das sagt ja Lucis Freundin auch. Es ist ein Zustand, es muss keine definitive Antwort darauf geben. Und dieses Dialog von den beiden im Bett, den fand ich richtig schön. Da habe ich wirklich, da hat der Film plötzlich so krass so, oh cool, das ist ja voll der gute Film. Also in dem Moment dachte ich das dann. Total. Und ich meine, es ist ja auch gut, dass der Film zeigt, also in anderen gefühlt so Filmen, wo es ums Coming Out geht, das Coming Out findet statt und dann ist alles traumhaft. Dann findest du sofort deinen Traumpartner, deine TraumpartnerInnen. Und ja, es ist eine heile Welt. Ja, ist es leider überhaupt nicht so. Was muss man ja auch sagen, natürlich das Internet macht es leichter, aber auch als queere Person zu daten ist halt ein Problem. Weil als heterosexuelle Person kannst du erstmal davon ausgehen, oh, du siehst einen heißen Typen, ein heißes Mädel, eine heiße nicht-binäre Person, whatever. Und denkst, mhm, könnte was laufen. Bei queeren Personen ist das nicht so einfach. Weil du erstmal rausfinden musst, ob die andere Person auch queer ist. Voll. Ja, stimmt. Aber das wird hier ja, wird es hier auch zum Thema? Schon vergessen. Ja, doch, klar, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Es wird auch ein bisschen angespielt. Ja, okay, jetzt habe ich dein, hast du dir jetzt schon ein Fazit gegeben, ob du den Film empfehlen würdest? Eigentlich so richtig. Ich finde, das ist so ein, also, ich weiß nicht, ob man gute Laune-Film sagen kann, aber ich finde, das ist so ein Film, sagen wir, für so einen Sonntagnachmittag, auch durchaus, weiß ich nicht, mit einem Freund, mit einer Freundin gucken und eine, würde ich sagen, eine okaye Zeit haben. Also, ich fand den jetzt nicht großartig, aber ich habe mich auch nicht an dem gestört. Der hatte ein paar tolle Momente und insgesamt, ja, wenn der Film fragt, er mal okay, würde ich sagen, ja. Ja, genau. Ich finde auch deswegen, ich fand den leicht, da aber gleichzeitig bringt der ein, jetzt nicht schweres Thema, aber ein schwergewichtiges, vielleicht auch wichtiges Thema mit sich und das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen finde ich es auch, wie am Anfang erwähnt, eigentlich ein bisschen schade, dass der gerade so unter dem Radar läuft und so ein bisschen lieblos behandelt wird und bin gespannt, wie der Film dann so beim Publikum ankommt, beziehungsweise der wird ja auf jeden Fall im Stream wahrscheinlich erst größere Beachtung finden, ob er da, wie er dann da ankommt und vor allem vielleicht auch in der queeren Szene. Ich weiß nicht, ob der so ein bisschen das Problem hat, dass es kein Arthouse-Film ist, weil so Filme wie Call Me By Your Name sprechen ja ein Arthouse-Publikum an und das tut der hier überhaupt nicht. Ja, stimmt, das tut er nicht. Wahrscheinlich wird er auch nicht so vermarktet. Also, der Trailer ist ja recht lock auf lockig geschnitten. Was aber ja auch super wichtig ist, weil es gibt super viele queere Arthouse-Filme, aber die gucken natürlich ein breites Publikum nicht und da ist es natürlich schön, dass vielleicht ein Publikum, was, weiß ich nicht, vielleicht Serien wie Hardstopper guckt, die ja deutlich mainstreamiger sind, halt auch Filme bekommt, die da queer sind. Ja, genau, vielleicht sind die auch von dem Titel Am I Okay irgendwie angesprochen. Naja, wir werden es sehen. Gut, lieber Johannes, hast du noch irgendwas, was du ganz dringend zu diesem Film loswerden möchtest? Nö. Okay, cool, dann danke ich dir für die Besprechung. Hier, wir machen jetzt den Abschluss und zwar danke fürs Zuschauen, Zuhören, ich sage immer Zuschauen, das gibt es noch nicht, fürs Zuhören hier beim Tele-Stammtisch. Am I Okay, Film mit Dakota Johnson und Sonoya Mizuno, der ab dem 4. Juli im Kino laufen wird. Hier noch kurz Werbung. Den Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Auf Social Media Podcasts auch überall, wo es Podcasts gibt, sind auch alle auf der Website. Und ihr, wenn ihr mit uns reden wollt oder Feedback direkt zu dieser Folge geben wird oder Anregungen für irgendwas, könnt ihr das auf unserem neuen Discord-Channel auch machen. Der ist auch auf der Website verlinkt, tele-stammtisch.de. Das war unsere Besprechung zu diesem Film. Und ich verabschiede mich kurz und dann sagt Johannes noch Tschüss. Danke und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Es war eine Freude, mit dir aufzunehmen und hilft bestimmt, wenn alle sich manchmal in sich gehen und sagen, Am I Okay? Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.